Der liebe Gott, mein Schatz, bestimmt über unser Schicksal. Echt? Schnell weg vom Fenster! Anne sagt, dass Gott gar nichts damit zu tun hat. Gott weiß alles. Aber Anne weiß alles besser. Würdest du schwören, dass du immer bei mir bleibst? Leckere Wurst für meinen treuen Schieferhund. Was ist dir schmecken, mein Freund? Uns werden sie nicht holen. Wir stehen auf einer Liste. Keine Angst. Und ihr sollt nicht ins Hinterhaus gehen. Versprichst du das? Welches Hinterhaus denn? Und was willst du mal werden? Ich will die große weite Welt sehen. Warum fährst du nicht mit? Sind sie abgeholt worden? Nein, sie sind bei ihrer Familie in der Schweiz. Aber ich sollte mitfahren. Gerade stehen! Ich habe euch nie anders erlebt als zusammen. Immer zusammen. Sie ist meine beste Freundin. Ich gebe Ihnen ein Widerwort. Anne ist in dem Lager direkt neben uns. Ich muss Ihnen heute Abend Essen bringen. Anne! Annelie? Du bist da? Anne! Anne! Ich will nie von hier weggehen. Ich will nie von hier weggehen.